Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Beatport Studio ist ein Abo-Modell von Plugin-Boutique, wo du DAWs bekommst, Instrumente, Plugins und Sounds. Und das will ich mir mit euch natürlich angucken, was dahinter steckt, was das für DAWs sind, die man da umsonst bekommt und auch natürlich, was das für Instrumente und Plugins sind. Let's go! Wenn du neu hier bist, nicht wundern, meine Stimme klingt nicht immer so, aber wir sind gerade in der Erkältungszeit und bei mir will die einfach nicht weggehen. Aber ich hoffe, ihr seid natürlich alle gesund. Außerdem, wenn du neu hier bist, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo und ein Like und eine Glocke da lässt und sowieso diese ganzen Dinge, die man macht. Aber das kennt ihr wahrscheinlich alles schon. Gucken wir uns mal Beatport Studio an. Beatport Studio findest du auf der Seite von Plugin-Boutique. Den Link dazu findest du direkt unter dem Video. Everything you need to make music. Also alles, was du brauchst, um Musik zu machen. The best Software, Instruments, Plugins, Royalty-Free Sounds and DAWs. All in Flexible Music Production Membership powered by Plugin-Boutique. Also die besten, das ist, was sie sagen, die besten Software-Instrumente, Plugins und Royalty-Free Sounds. Also Sounds, die du einfach so benutzen kannst, ohne Probleme zu bekommen, was Urheberrecht angeht. Und DAWs, also DAWs. Da bin ich gespannt, ob das wirklich die besten sind oder ob es einfach nur eine gute Auswahl ist. Jetzt gucken wir uns das mal an, was da drin ist. Also, what's included? Wenn wir hier klicken, sehen wir erstmal, was alles drin ist. Instrumentel, Handclap Studio, Wave OC, Big Kick, Cube Mini, Ting, UC, Sector, Headtricks 1.5, der ist Alpha, Synth, Playbeats, Recordgem, Acidbox und Mini-Drum. Und der aufmerksame Zuschauer stellt vielleicht jetzt schon fest, hm, das sind jetzt alles keine Dinge, die ich bei Till auf dem Kanal schon mal gesehen habe. Muss ich sagen, ja, das stimmt. Also entweder bin ich weit hinter allen Trends oder das sind nur sehr heimlich die besten Instrumente. Ich will es jetzt gar nicht schlechtreden oder so. Ich finde bloß immer das schwierig, wenn man sagt, okay, das ist das Beste und dann sind da jetzt nicht Dinge drin wie vielleicht die Rhodes Keys von Rhodes oder, weiß ich nicht, Arturia-Sachen oder Omnisfair oder all diese Dinge, die sich in den letzten Jahren wirklich als die besten Instrumente irgendwie rausgestellt haben. Aber, okay, fairerweise muss man sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall eine relativ große Auswahl und wir haben hier mit all den Dingen, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, welches was ist, gehe ich davon aus, dass wir hier fast jedes Soundbild abbilden können. Also wir werden hier Drums drin haben, Big Kick und so ist klar und wir werden hier auch ein paar Synthesizer drin haben und natürlich auch ein paar Pianos und so. Okay, fairerweise gucken wir weiter, Effekte und hier gucken wir auch einmal schnell durch. Ich lese jetzt nicht alle durch, das könnt ihr euch natürlich dann auch selber nochmal in Ruhe durchgucken. Ich wollte nur euch erstmal darauf aufmerksam machen, dass es das gibt und dass, wenn ihr vielleicht am Anfang eurer Karriere seid, dass vielleicht ein günstiger Start ist. Das ist okay, Comeback-Kit von Baby Audio ist irgendwie nice. Aggressor ist nice, Super VHS von Baby Audio ist nice. Also die Baby Audio-Sachen auf jeden Fall Bombe, kann man empfehlen. Habe ich auch noch keine Videos zugemacht, ehrlich gesagt, aber vielleicht kommt das demnächst. Ich glaube, das ist auch cool. Müssen wir mal, das gucken wir uns nochmal an. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, was das war. Ah ja, das war hier so ein Heilraum. Ich denke, diese Cleve-Grant-Geschichten sind ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Kostet eigentlich 35 Euro. Hier kriegt ihr den mit im Paket quasi. Also auch einige Plugins auf jeden Fall. Die großen Firmen sind jetzt nicht dabei. Ich sehe jetzt hier keine Universal-Audio-Sachen. Ich sehe nichts von Wave, Plugin-Alliance, Soundtoys. Also die Dinge, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sind wahrscheinlich die besten Effekte aktuell, finden wir jetzt hier auch nicht. Also das Versprechen ist ein bisschen waglich, Plugin-Boutique, Shoutout auf jeden Fall. Ich finde die Plattform ziemlich cool, weil du kannst da Plugins kaufen, mindestens so günstig wie auf den Herstellerseiten, manchmal sogar ein bisschen günstiger. Und du sammelst durchs Kaufen bei Plugin-Boutique immer Punkte, die du irgendwann einlösen kannst. Und dann kannst du auch mal wirklich teurere Plugins umsonst, also das ist ja nicht so umsonst richtig, weil wir haben ja davor irgendwie Geld dafür ausgegeben. Aber es ist ein gutes Belohnungssystem, wenn du so wie ich ein bisschen Pluginsüchtig bist auf jeden Fall. So, Utilities, okay, das sieht auf jeden Fall super crazy aus, sieht hier aus wie RX, mal gucken, was das ist. K-S-H-M-R-Chain, okay, is innovative utility, copies your Plugin-Chain from one track to countless others, okay, spend your time, effort, mhm. Okay, say goodbye to copy and paste. Also das ist so ein Automationstool, womit du also deine Plugins und also die Chain, die du hast, irgendwie weiterkopieren kannst und das gleichzeitig scheinbar in mehrere Kanäle. Nettes Feature auf jeden Fall, Vision Forex, Develop Partnerschaft, okay, Clarity to make right mixing, however, okay, also das gibt dir Insights. Ich dachte, das ist jetzt so ein Reparatur-Tool, aber es scheint eher, genau, scheint eher eine Art Analyzer zu sein. Genau, hier sehen wir den auch in Action. Also hier können wir so ein bisschen uns alles angucken, wir haben hier auch einen Scope und so. Also, wenn ihr, wenn ihr Audio sehen wollt, dann ist das hier auf jeden Fall auch ein sehr cooles Plugin. Okay, das sind die Utilities, dann kommen wir zu den Doors und ach, ja, hier Cubase, eine der besten DAWs auf jeden Fall, die es gibt. Bitwig Studio habe ich auch sehr viel Gutes gehört. Gibt es mittlerweile auch fürs MacBook und wenn ich mich nicht täusche, ist Bitwig Studio auch nicht kostenlos. Bitwig Studio 8-Track. Okay, das heißt 8-Track. Oh, 8-Track bedeutet das, dass wir hier auch nur 8 Spuren haben können. Sieht ehrlich gesagt sehr so aus. Und, 8 Audiospuren. Ja, also für den Start, für den Start sind 8 Audiospuren natürlich erstmal ausreichend. Wenn du jetzt aber Beats bauen willst oder komplexere Projekte hast, dann wird das schon schwierig. Dann müsste man hier upgraden. Eigentlich kostet die 8-Track-Version nix. Also das Upgrade kostet 80 Euro. Bitwig Studio kostet vielleicht gar nix. Naja. Oder du bekommst Cubase LE und Cubase LE ist auch nicht eine Vollversion von Cubase. Ja, wir akzeptieren mal alles. Wunderbar. Ich glaube, Cubase, ey, genau. Das bekommst du immer, wenn du irgendwelche Hardware von Cubase kaufst oder vielleicht auch von Drittherstellern, die das dazugeben. Auf jeden Fall auch eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Welt der DAWs. Eine Vollversion von einer DAW bekommst du jetzt hier nicht. Was ich ein bisschen schade finde, sie hätten ja wenigstens Luna mit reinnehmen können und so tun können. Ach nee, es geht nicht, weil Luna braucht so UAD-Sachen. Geht natürlich auch nicht. Und Loopcloud-Sounds bekommst du auch. Und das ist tatsächlich ein Argument, wo ich sagen würde, okay. Okay, ich glaube, Loopcloud kostet ja auch nicht ganz so wenig im Monat. Also hier bekommst du Sounds ohne Ende. Kannst hier rumsuchen und finden. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, aber ich habe auf jeden Fall auch ein Video zum Loopcloud gemacht. Das findet ihr hier auf dem Kanal, also auch hier oben. Ich verlinke das. Ja, Loopcloud auf jeden Fall auch nice. Jetzt will ich mal wissen, was das Ganze hier kostet. Okay, also für 12 Euro oder 120 Euro im Jahr bekommt ihr... Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt hier bedeutet. Up to 10 selections for you per month. Also man bekommt hier immer auch Plugins dazu wohl. Also ich habe einen Affiliate-Link dafür. Das heißt, ich würde euch gerne jetzt das verkaufen und sagen, wow, das ist der Shit. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Also die Plugins und Instrumente sind bestimmt nice irgendwie. Sind auf jeden Fall nicht die besten Software-Instrumente, Plugins und Royalty-Free-Sounds. Und auch sicher nicht die besten DAWs, weil Logic for Life, ihr wisst. Außerdem sind Cubase und Bitback hier auch nur in einer sehr abgespeckten Version. Für 12 Euro im Monat kann man sich auch schon woanders umgucken. Ich sage mal jetzt, wenn du vielleicht auch eine DAW schon hast, dann würde sich das vielleicht auch lohnen, bei Waves mal zu gucken, Universal Audio zu gucken, bei Plugin-Align zu gucken. Die haben auch tolle Abo-Modelle, die glaube ich auch in dieser Preisliga starten und wo du vielleicht wirklich the best Plugins bekommst. Nichtsdestotrotz, wenn du gerade am Anfang bist und du sagst, hey, ich finde irgendwie die Plugins auch super und ich wollte eh mit Bitwig oder Cubase einsteigen, dann kann ich das sehr empfehlen. Wie gesagt, Affiliate-Link findest du unten in der Beschreibung für Mixing- und Mastering-Anfragen. Wenn du also ein Projekt hast, was du abgeschlossen bekommen willst endlich und auch endlich releasen willst und da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchst, dann schreib mir gerne E-Mail. Die findest du auch unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, natürlich nach oben. Wenn du noch Fragen hast, Anregungen, wenn ich irgendwas vergessen habe und hier noch was ganz Geheimes, Krasses dabei ist, dann schreib es gerne unten in die Kommentare, wenn du Fragen hast natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020